Das ist, ja mit dem Tore schießen immer mal ein bisschen, es ist so und so. Manchmal hat man Spiele, da geht jeder Ball rein, da gewinnt man so ein Spiel wie gegen Lichtenstein 8-9-0, weil die ersten zwei Chancen direkt reingehen. Manchmal ist es halt so, dass ja immer wieder irgendwo ein Gegner einen Fuß dazwischen hat und dann gewinnt man so ein Spiel halt nur 2-0. Natürlich müssen wir auch die nötige Konsequenz dann auch im Abschluss jetzt wieder bekommen. Ich glaube trotzdem, dass wir so, so viele torgefährliche Spiele in unserer Mannschaft haben, dass man sich auf lange Sicht jetzt kein Problem mehr bekommen wird, irgendwie Tor zu schießen. Natürlich hat man sich dann auch gefreut, wenn man dann weiß, da kommt ein Trainer, der findet einen gar nicht so schlecht und mit dem, wer ist die Zusammenarbeit, kann die sehr gut werden. Ich glaube, wir sind beide froh, dass wir jetzt auch endlich dann mal zusammen miteinander arbeiten können. Deswegen, ja, freut man sich auch, dass er mich gleich im ersten Spiel spielen hat lassen, dass ich es dann auch gleich mit dem Tor so ein bisschen auch zeigen konnte, dass es nicht so falsch war, mich spielen haben zu lassen. Zu Jamal, ich glaube, ja, der ist in den letzten halben oder dreiviertel Jahren wirklich durch die Decke gegangen. Ich glaube, dass er ein sehr, sehr guter Spieler, ein super Spieler ist, dass er wirklich auch eine Riesenzukunft vor sich haben kann. Er geht einfach aufs Feld, hat seinen Spaß, spielt das, auf was er gerade so ein bisschen Lust hat, was er sieht. Und ich glaube, ja, vielleicht sollten wir anderen auch, die vielleicht jetzt auch schon länger dabei sind, auch vielleicht ein bisschen einfach wieder auf den Weg zurückkommen. Natürlich mit den Vorgaben vom Trainer gepaart, mit dieser Leichtigkeit zu sagen, komm, wir spielen Fußball, dass es Spaß macht und am Ende wollen wir alle gewinnen. Und dafür haben wir ein Ziel und lassen uns das einfach zusammen angehen. Und ich glaube, da kann man von so einer jugendlichen Lockerheit auf jeden Fall sich eine Scheibe abschneiden.